Ich bin Frederik Beyer, komme gebürtig aus Dresden, habe mein Einzelunternehmen in Erfurt. Ich bin Stimm- und Sprechtrainer. Ich helfe anderen Menschen dabei, insbesondere Managern und Führungskräften, besser mit der Stimme klar zu kommen, beispielsweise länger durchzuhalten, ohne heiser zu werden oder stress- und angstfrei zu präsentieren, gerade in schwierigen Situationen. Das ist mein Job, da kann ich, wie gesagt, anderen Menschen dabei helfen. Ich kann Menschen dazu verhelfen, besser durchzuhalten, mit der Stimme andere Menschen zu begeistern, mitzureißen, zu punkten, von ihren eigenen Ideen, Produkten oder Dienstleistungen wirklich zu überzeugen. Und da spielt die Stimme tatsächlich eine Schlüsselrolle in dieser Kommunikation. Sei es zum Beispiel im Verkauf, da ist Stimme sensationell wichtig, genauso bei Präsentationen, in Meetings, beim Smalltalk, auf einer Messe, bei Telefonkonferenzen und, und, und. Immer kommunizieren wir in allererster Linie mündlich. Die Stimme ist aus meiner Sicht eine sehr unterschätzte Ressource und ich helfe halt anderen Menschen dabei, diese Ressource für sich zu entdecken.